Ich Digga! Oberalman Achim! Mit den Schuhen hier! Wenn ich dir eine bessere Shisha bauen kann, Bro, dann ist deine Shisha aber einfach scheiße! Das ist wirklich Katastrophe! Weißt du was dann ist? Wall-Light-Krise! Schönen guten Tag! Oh, äh, hello! We would like to order a table for three persons. Ich weiß nicht, wie man es so schneiden, Kibbeling haltet. Und mir fällt es halt auf, ich sehe aus wie der Übelalman, kann das sein? Schwierig, Bro! Du siehst richtig wild aus! Bro, ich sehe aus wie ein Baller! Ich sehe aus wie ein Baller! Der Hut macht den Baller aus! Das ist die neue Baller-Meter! Guck mal, hier ist so Fragezeichen, okay, cool! So, aber, äh, Baller! Baller! Ich meine, wir laufen mit einer Kamera, aber... Ja Digga, aber ich will ja nichts sagen! Mit einer Musik bockst du die Stelle auf, wie ist das Blut! Aber würde ich so aussehen, wie würde ich das auch machen! Wie? Oha! Bist du die Hottie-Girls? Ja Digga! Wir sind minderjährig, Stefan! Ja, da wird's doch jetzt interessant! Nee Digga, aber so würde ich halt nicht mit Bluetooth, so würde ich keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollen! Weißt du was ich meine? So war das gemeint! Was soll das denn heißen? Da bleibt man lieber, da bleibt man lieber unauffällig! Nee, nee, weiß doch! Ähm... Alright, chat, chat! Gib dir mal was zu können! Ich hab eine kurze Frage einmal wegen Setup! Haben wir ein Ladekabel hier vorne? iPhone? Kevin! Kevin! Hallo! Kevin! Ist der Mann da? Gib mal kurz die Kamera! Haben wir ein Ladekabel? Ich wurde kurz vor Magronus angegriffen! Magronus wollte meine Seele übernehmen!